Kapitel 37. Ein Publizist bereitet Graf Leinsdorf durch die Erfindung »Österreichisches Jahr« große Unannehmlichkeiten. Seine Erlaucht verlangt heftig nach Ulrich. Kapitel 38. Denn wo hätte er es erfahren sollen? Aber man merkte es nicht. Ja, gerade das gab seinen beiden Aufsätzen erste Möglichkeit hinreißender Wirkung. Er war eigentlich der Erfinder der Vorstellung »Österreichisches Jahr«, über die er seine Spalten schrieb, ohne selbst sagen zu können, was damit gemeint war. Aber in immer neuen Sätzen, sodass dieses Wort wie in einem Traum sich mit anderen Worten verbannt und wandelte und eine ungeheure Begeisterung auslöste. Graf Leinsdorf war anfangs entsetzt, aber mit Unrecht. Man kann an dem Wort »Österreichisches Jahr« ermessen, was ein publizistisches Genie bedeutet. Denn dieses Wort hatte der rechte Instinkt erfunden. Es ließ »Regungen« ertönen, die bei der Vorstellung eines österreichischen Jahrhunderts stumm geblieben wären, während die Aufforderung, ein solches herbeizuführen, bei vernünftigen Menschen sogar für einen Einfall gegolten haben würde, den niemand ernst nimmt. Warum das so ist, es wäre schwer zu sagen. Vielleicht beflügelte eine gewisse Ungenauigkeit und Gleichnishaftigkeit, bei der man weniger an die Wirklichkeit denkt als sonst, nicht nur das Gefühl des Grafen Leinsdorf. Denn Ungenauigkeit hat eine erhebende und vergrößernde Kraft. Es scheint, dass der brave, praktische Wirklichkeitsmensch die Wirklichkeit nirgends restlos liebt und ernst nimmt. Als Kind kriecht er unter den Tisch, um das Zimmer der Eltern, wenn sie nicht zu Hause sind, durch diesen genial einfachen Trick abenteuerlich zu machen. Er sehnt sich als Knabe nach der Uhr, als Jüngling mit der goldenen Uhr nach der zu ihr passenden Frau, als Mann mit Uhr und Frau nach der gehobenen Stellung. Und wenn er glücklich diesen kleinen Kreis von Wünschen zustande gebracht hat und ruhig darin hin und her schwingt wie ein Pendel, scheint sich dennoch sein Vorrat unbefriedigter Träume um nichts verringert zu haben. Denn wenn er sich erheben will, so gebraucht er dann ein Gleichnis. Offenbar, weil ihm Schnee zuweilen unangenehm ist, vergleicht er ihn mit schimmernden Frauenbrüsten. Und sobald in die Brüste seiner Frau zu langweilen beginnen, vergleicht er sie mit schimmerndem Schnee. Er wäre entsetzt, wenn ihre Schnäbel sich eines Tages als hornige Taubenschnäbel herausstellen würden oder als eingesetzte Korallen, aber poetisch erregt es ihn. Er ist imstande, alles zu allem zu machen, Schnee zu Haut, Haut zu Blüten, Blüten zu Zucker, Zucker zu Puder und Puder wieder zu Schneegeriesel. Denn es kommt ihm anscheinend nur darauf an, etwas zu dem zu machen, was es nicht ist, was wohl ein Beweis dafür ist, dass er es nirgends lange aushält, wo immer er sich befindet. Vollends aber kein richtiger Karkania hielt es innerlich in Karkanien aus. Wenn man von ihm nun ein österreichisches Jahrhundert gefordert hätte, so würde ihm das wie eine Höllenstrafe vorgekommen sein, die er sich und der Welt mit lächerlich freiwilliger Anstrengung auferlegen solle. Ganz etwas anderes dagegen war ein österreichisches Jahr. Das hieß, wir wollen einmal zeigen, was wir eigentlich sein könnten, aber sozusagen auf Widerruf und höchstens ein Jahr lang. Man konnte sich darunter denken, was man wollte, es war ja nicht für die Ewigkeit, und das griff ans Herz, man wußte nicht wie. Es machte die tiefste Liebe zum Vaterland lebendig. So kam es, dass Graf Leinsdorf einen ungeahnten Erfolg hatte. Auch er hatte ja seine Idee ursprünglich als ein solches Gleichnis empfangen. Aber außerdem war ihm eine Reihe von Namen eingefallen, und seine moralische Natur strebte über den Zustand der Unfestheit hinaus. Er besaß eine ausgeprägte Vorstellung davon, dass man die Fantasie des Volkes, oder wie er nun zu einem ihm ergebenen Journalisten sagte, die Fantasie des Publikums auf ein Ziel lenken müsse, das klar, gesund, vernünftig und in Übereinstimmung mit den wahren Zielen der Menschheit und des Vaterlands sei. Dieser Journalist schrieb, angeeifert von dem Erfolg seines Berufsgenossen, das sogleich nieder, und da er vor seinem Vorgänger voraus hatte, es aus authentischer Quelle zu wissen. So lag es in der Technik seines Berufs, dass er sich in großen Lettern auf diese Informationen aus einflussreichen Kreisen berief. Und gerade das war es auch, was Graf Leinsdorf von ihm erwartet hatte. Denn seine Erlaucht legte großen Wert darauf, kein Ideologe, sondern ein erfahrener Realpolitiker zu sein. Und wollte einen feinen Strich zwischen dem österreichischen Jahr eines genialen publizistischen Kopfes und der Bedachtsamkeit verantwortlicher Kreise gezogen wissen. Er bediente sich zu diesem Zweck der Technik, des sonst von ihm nicht gerne als Vorbild angesehenen Bismarcks, die wahren Absichten, Zeitungsschreibern in den Mund zu legen, um sie je nach dem Gebot der Stunde bekennen oder verleugnen zu können. Aber während Graf Leinsdorf mit solcher Klugheit handelte, hatte er eines nicht bedacht. Denn nicht nur ein Mann wie er sah das Wahre, das uns Not tut, sondern auch unzählige andere Menschen wähnen sich in seinem Besitz. Man kann das geradezu als eine Verhärtungsform des vorerwähnten Zustandes bezeichnen, in welchem man noch Gleichnisse macht. Irgendwann schwindet die Lust auch an ihnen dahin, und viele von den Menschen, in denen dann ein Vorrat von endgültig unbefriedigten Träumen zurückbleibt, schaffen sich da einen Punkt an, auf den sie heimlich starren, als ob dort eine Welt beginnen müsste, die man ihnen schuldig geblieben sei. Binnen kürzester Zeit, nachdem er seine Zeitungsnachricht ausgesandt hatte, glaubte seine Erlaucht schon zu bemerken, dass alle Menschen, die kein Geld haben, dafür einen unangenehmen Sektierer in sich tragen. Dieser eigensinnige Mensch im Menschen geht morgens mit ins Büro und vermag überhaupt in keiner wirksamen Weise gegen den Weltlauf zu protestieren, aber er wendet stattdessen Zeit seines Lebens die Augen nicht mehr von einem heimlichen Punkt ab, den kein anderer bemerken will, obgleich doch dort offenbar das ganze Unglück der Welt anhebt, die ihren Erlöser nicht erkennt. Solche fixierte Punkte, in denen das Gleichgewichtszentrum einer Person mit dem Gleichgewichtszentrum der Welt übereinfällt, sind zum Beispiel ein Spucknapf, der sich durch einen einfachen Griff schließen lässt. Oder die Abschaffung der Salzfässer in den Gasthäusern, in die man mit den Messern fährt, wodurch mit einem Schlag die Verbreitung der die Menschen geißelnden Tuberkulose verhindert würde. Oder die Einführung des Kurzschriftsystems Öl, das durch seine unvergleichliche Zeitersparnis gleich auch die soziale Frage löst. Oder die Bekehrung zu einer naturgemäßen, der herrschenden Verwüstung Einhalt gebietenden Lebensweise. Aber auch eine metaphysische Theorie der Himmelsbewegungen, die Vereinfachung des Verwaltungsapparats und eine Reform des Sexuallebens. Wollen die Umstände dem Menschen wohl, so hilft er sich, indem er eines Tages über seinen Punkt ein Buch verfasst oder eine Broschüre oder wenigstens einen Zeitungsaufsatz und seinen Protest dadurch gewissermaßen bei den Akten der Menschheit zu Protokoll gibt, was ungeheuer beruhigt, selbst wenn es von niemand gelesen wird. Gewöhnlich aber lockt es einige Leute an, die dem Verfasser versichern, dass er ein neuer Kopernikus sei, wonach sie sich ihm als unverstandenen Newtons vorstellen. Diese Gepflogenheit, sich gegenseitig die Punkte aus dem Feld zu suchen, ist sehr wohltuend und weit verbreitet. Aber ihre Wirkung ist nicht dauerhaft, weil die Beteiligten sich nach einer Weile verzanken und wieder ganz allein bleiben. Doch kommt es auch vor, dass einer oder der andere einen kleinen Kreis von Bewunderern um sich sammelt, die mit vereinter Kraft den Himmel anklagen, der seinen gesalbten Sohn nicht genügend unterstütze? Und fällt dann plötzlich ein Hoffnungsstrahl aus großer Höhe auf solche Punkte Häufchen, wie es geschah, als Graf Leinsdorf öffentlich äußern ließ, dass ein österreichisches Jahr, wenn es ein solches wirklich geben werde, was damit noch nicht gesagt sein solle, jedenfalls in Übereinstimmung mit den wahren Zielen des Daseins stehen müßte. So nehmen sie das auf, wie die Heiligen, denen Gott eine Erscheinung schickt. Graf Leinsdorf hatte gedacht, dass sein Werk eine machtvolle, aus der Mitte des Volkes selbst aufsteigende Kundgebung werden solle. Er hatte dabei an die Universität, an die Geistlichkeit, an einige Namen, die niemals in den Berichten über karitative Veranstaltungen fehlen, ja sogar an die Zeitungen selbst gedacht. Er rechnete mit den patriotischen Parteien, mit dem gesunden Sinn des Bürgertums, das am Kaisers Geburtstag die Fahnen herausstreckt, und mit der Beihilfe der Hochfinanz. Ja, er rechnete auch mit der Politik, denn er hoffte insgeheim, durch sein großes Werk gerade sie überflüssig zu machen, indem er sich auf den gemeinsamen Nenner Vaterland brachte, den er später durch Land zu dividieren beabsichtigte, um den väterlichen Herrscher als einzigen Rest übrig zu behalten. Aber an eines hatte sein Erlaucht eben nicht gedacht, und er wurde überrascht von dem weit verbreiteten Weltverbesserungsbedürfnis, das von der Wärme einer großen Gelegenheit ausgebrütet wird, wie Insekteneier bei einem Brand. Damit hatte sein Erlaucht nicht gerechnet. Er hatte sehr viel Patriotismus erwartet, aber er war nicht vorbereitet auf Erfindungen, Theorien, Weltsysteme und Menschen, die von ihm die Erlösung aus geistigen Kerkern verlangten. Sie belagerten sein Palais, priesen die Parallelaktion als seine Möglichkeit, der Wahrheit endlich zum Durchbruch zu verhelfen. Und Graf Leinsdorf wusste nicht, was er mit ihnen beginnen solle. Im Bewusstsein seiner gesellschaftlichen Stellung konnte er sich doch nicht mit allen diesen Leuten an einen Tisch setzen. Als ein von gespannter Moralität erfüllter Geist wollte er sich ihnen aber auch nicht entziehen. Und da seine Bildung politisch und philosophisch, aber durchaus nicht naturwissenschaftlich und technologisch war, wurde er in keiner Weise klug daraus, ob an diesen Vorschlägen etwas daran sei oder nicht. In dieser Lage sehnte er sich immer heftiger nach Ulrich, der ihm gerade als der Mann empfohlen worden war, den er gebraucht hätte, denn sein Sekretär oder überhaupt jeder gewöhnliche Sekretär war solchen Anforderungen natürlich nicht gewachsen. Er betete sogar einmal, als er sich sehr über seinen Angestellten geärgert hatte, zu Gott, obgleich er sich am nächsten Tag dessen schämte. dass Ulrich doch endlich zu ihm kommen möge. Und als dies nicht geschah, machte sich seine Erlaucht systematisch selbst auf die Suche. Er ließ ihm Adressbuch nachschlagen, aber Ulrich war darin noch nicht enthalten. Er begab sich sodann zu seiner Freundin Diotima, die gewöhnlich Rat wusste, und tatsächlich hatte die bewundernswerte Ulrich auch schon gesprochen. Aber sie hatte vergessen, sich seine Wohnung angeben zu lassen oder schützte das vor, denn sie wollte die Gelegenheit benutzen, um seiner Erlaucht einen neuen und viel besseren Vorschlag für die Sekretärstelle der großen Aktion zu unterbreiten. Aber Graf Leinsdorf war sehr aufgeregt und erklärte auf das Bestimmteste, dass er sich an Ulrich bereits gewöhnt habe, einen Preußen nicht brauchen könne, auch einen Reformpreußen nicht und überhaupt von noch mehr Komplikationen nichts wissen wolle. Er war bestürzt, als seine Freundin sich danach gekränkt zeigte und bekam dadurch einen selbstständigen Einfall. Er erklärte ihr, dass er nun geradewegs zu seinem Freund, dem Polizeipräsidenten, fahren werde, der schließlich doch die Adresse eines jeden Staatsbürgers herausbringen müsse. Er erklärte ihr, der schließlich